Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den panasiatischen Zerstörer auf Stufe 8, die Xiongmu am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen eingebaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot Zielsystem Mod 1, um einfach die Streuung ein bisschen besser zu machen. Alternativ wäre aber auf jeden Fall auch Hopp-Batterie Mod 2 eine solide Wahl, um die Drehgeschwindigkeit zu verbessern. Diese ist aber schon relativ stark bei diesem Schiff. Und auch Backgeschütze Mod 2 wäre nicht schlecht, um die Flugabwehr etwas besser zu machen. Im zweiten Slot nutze ich Antriebs Mod 2, um einfach schneller beschleunigen zu können. Im dritten Slot Tarnsystem Mod 1 für den besseren Tarnwert. Und zu guter Letzt nutze ich noch Hopp-Batterie Mod 3, um die Ladezeit der Hopp-Geschütze zu verbessern. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites haben wir zur Auswahlmöglichkeit entweder den Nebelerzeuger mit 4 Aufladungen, wo die Dauer der Nebelwand 70 Sekunden beträgt. Oder das Radar mit 2 Aufladungen und einer Schiffsortung von 7,5 Kilometern. Ich werde auf jeden Fall in meiner Runde den Nebelerzeuger nutzen. Das ist auf jeden Fall die sichere Wahl. Gerade wenn man in Runden vielleicht mit Flugzeugträgern kommt, kann das auf jeden Fall sehr, sehr nervig sein, wenn man keinen Nebel hat. Aber auch das Radar ist natürlich sehr, sehr stark, kann man auf jeden Fall nutzen. Sehe ich persönlich aber eher vielleicht so für gewertete Gefechte oder sowas. Das ist eher so die Richtung, die ich dort gehen würde. Für Standardgefechte sind wir glaube ich mit Nebelerzeuger auf der sicheren Seite. Als drittes haben wir den Motorboost mit 2 Aufladungen. Und zu guter Letzt noch den Torpedo-Nachladebeschleuniger mit 2 Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 29 Punkte. Trefferpunkte 17.100, was auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Panzerung 3 bis 20 Millimeter. Wir schauen uns dort schnell die Panzerungsgruppen an. Allerdings nichts wirklich interessantes zu erwähnen für einen Zerstörer auf der Stufe. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 30 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 5x127 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 11,2 Kilometern, was eine sehr gute Reichweite ist. Eine Ladezeit von 3,5 Sekunden, was auf jeden Fall auch eine sehr gute Nachladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 5,3 Sekunden, was ein richtig starker Wert ist. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1900 mit einer 5%igen Brandwahrscheinlichkeit und der AP-Granatenhöchstschaden liegt bei 2200. Und damit haben wir einen leicht überdurchschnittlichen HA-Schaden pro Minute, allerdings einen leicht unterdurchschnittlichen AP-Schaden pro Minute und auch einen unterdurchschnittlichen Feuerstarter. Bei den Torpedos haben wir 33 Punkte und dort haben wir 2x5 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 117 Sekunden, was mehr oder weniger im Durchschnitt liegt. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden 19.033, was etwas überdurchschnittlich ist. Torpedo-Erkennbarkeit zur See sind 0,8 Kilometer, was ein richtig, richtig starker Wert ist. Allerdings haben wir hier auch Tiefwassertorpedos und können keine feindlichen Zerstörer treffen. Torpedo-Reichweite sind 10,5 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Und die Torpedo-Geschwindigkeit 66 Knoten, was auch genau im Durchschnitt ist. Und damit haben wir einen leicht überdurchschnittlichen Torpedo-Schaden pro Minute. Bei der Flugabwehr haben wir 53 Punkte und dort haben wir 6x2 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 37 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Dennoch 2x2 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 23 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Dennoch ein 1x4 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 16 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 5x1 127 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 54 und einer Reichweite von 5 Kilometern. Und damit haben wir eine relativ durchschnittliche Flugabwehr auf der Stufe. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 89 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 38 Knoten, was genau im Durchschnitt liegt. Wendekreisradius sind 620 Meter, was auf jeden Fall ein sehr starker Wert ist. Und die Ruderstellzeit sind 3,9 Sekunden, was auf jeden Fall auch ein guter Wert ist. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 90 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 6,9 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt. Erkennbarkeit zu Luft 3,5 Kilometer, auch genau im Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 2,6 Kilometer, was auch genau im Durchschnitt liegt. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Sarazenbing mit der Basisfähigkeit Dosenöffner. Und geskillt habe ich einmal Aufmerksamer Zorn, um die Ladezeit der Hauptgeschütze nochmal zu verbessern. Außerdem sehen wir feindliche Torpedos ein bisschen früher. Leider ist unsere Ruderstellzeit etwas hier verschlechtert, aber die ist immer noch okay. In der zweiten Reihe Prüfnerblick für den besseren Tarnwert. In der dritten Reihe Aufmerksam, um dort den nächstgelegenen Gegner angezeigt zu bekommen. Außerdem haben wir auch einen erlittenen, reduzierten Schaden, den wir hier bekommen. Was natürlich auch angenehm ist. Als viertes Nebel über den Wasser, um die Nebelwand nochmal ein bisschen stärker zu machen. Als legendären Skill unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen nutze ich den Erich Bay für einen besseren Tarnwert. Und den William Sims für weitere Trefferpunkte. Alternativ ist aber auch natürlich der Jersey Swirsky auf jeden Fall eine starke Inspiration. Wenn man dort nochmal weiter neben Erich Bay die Tarnung verbessern möchte. Ich bleibe aber bei dieser Skillung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Schlafender Riese im Herrschaftsmodus. Mit dabei der Habif in der Minnesota. Zernigel in der Seattle. Also hier drei brandneue Schiffe. Alle hier am Ausprobieren auf jeden Fall. Haben hier leider ein legendäres Gefecht erwischt. Gerade die Daring im Gegnerteam könnte unangenehm werden. Drei Zerstörer, ein Kreuzer, fünf Schlachtschiffe. Und los geht es. Sind auf jeden Fall auch direkt geortet. Machen uns auf jeden Fall auf den Weg Richtung B. 5,3 Kilometer. Unser Tarnwert mit der Skillung. Hätten dort natürlich ein bisschen mehr auf Tarnung gehen können. Aber hätten da natürlich Trefferpunkte verloren. Von daher schauen wir mal, ob wir das in der Runde bereuen oder nicht. Ist halt situationsabhängig. Manchmal bringt einem das halt die extra Trefferpunkte was. Weil man vielleicht gerade nochmal wieder zugehen kann mit wenig Leben. Wo man sonst quasi ohne William Sims schon draußen gewesen wäre. In anderen Runden wird man überhaupt nur aufgeklärt. Weil man einen minimal schlechteren Tarnwert hat. Und kassiert nur deshalb ein bisschen Schaden. Es ist halt mal so, mal so. Ein richtig oder falsch gibt es dort bei der Skillung nicht. Ob man Volltarnung oder Trefferpunkte geht. Zumindest bei allen Zerstörern, die eine brauchbare Hopp-Batterie haben. Und sich gegen feindliche Zerstörer behaupten können. Haben natürlich Tiefwassertorpedos. Das heißt, wir können hier nicht wirklich feindliche Torpedos. Beziehungsweise feindliche Schiffe mit unseren Torpedos treffen. Deswegen kriege ich hier auch noch keine Torpedos raus. Normalerweise, wenn ich jetzt hier normale Torpedos hätte, hätte ich schon längst Richtung Funkortung die Torpedos rausgehauen. Okay, links ist auf jeden Fall die Daring schon mal aufgeklärt. In der Division mit der Shimakase. Das heißt, wir haben hier in der Mitte eine Yugumo. Aktuell noch nicht im Cap drin. Seint dort relativ dicht. Okay, jetzt ist sogar die Daring am dichtesten dran. Da kommen die Torpedos von der Yugumo. Die Yugumo versucht sich dort wahrscheinlich vorbeizuschleichen an uns und fährt dann wahrscheinlich in A rein. Soll uns aber erstmal egal sein, solange wir den B-Punkt bekommen. Der B-Punkt ist natürlich der Punkt, der tendenziell am schwierigsten ist zu erobern, weil dieser quasi kaum Deckung bietet. Ja, feindliche Yugumo ist auf jeden Fall bei A reingefahren. Drehen auf jeden Fall unser Schiff schon mal. Konnten auf jeden Fall für unser Team schon mal den B-Punkt einnehmen und ein bisschen Aufklärung hier machen. und machen uns dort auf den Weg Richtung A Motorboost ist an dort Montana und die Yamato. Links auch noch die Anu. Ventil können wir dort, wenn die Schlachtschiffe dort vorfahren, vielleicht was treffen durch die Lücke. und den zweiten Fächer, ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. Oh, da ist die Pommern, das ist unerwartet. Verlieren leider auf der anderen Seite unseren ersten legendären Zerstörer, die Khabarovsk. So, wir sind jetzt hier aufgeklärt. Yugumo hat natürlich einen deutlich besseren Tarnwert, aber fährt quasi in uns rein und versuchen jetzt hier die Yugumo zu beschießen. Nebeln auf jeden Fall auch direkt. Wird hier aufgeklärt jetzt durch das Radar von unserer Seattle. Können die Yugumo hier gut runterschießen und der Habif kriegt hier auch eine schöne Salve über die Insel rüber mit dem Schlachtschiff und draußen ist der Zerstörer. Torpedos gehen auch so weit vorbei. Sind jetzt hier leider offen durch das Sonar von der Pommern. Wird aber gerne trotzdem noch den einen Torpedowerfer loswerden, wenn ich ehrlich bin, den wir noch haben. Noch mal aufpassen. Die Kanu schießt dort auf uns. Wahrscheinlich ein bisschen riskant. Die Pommern fährt jetzt auch noch hinweg. Leider macht das die Pommern gut. Deswegen fahren wir jetzt hier aus der Sonara-Ichweite raus. Aber viel erfüllt. Feindlicher Zerstörer ist draußen. Oh, passieren jetzt hier doch relativ gut. Von der Kanu nutzen jetzt hier auch nochmal unseren Hop-Batterie-Nachladebooster. Die Montana hat sich dort rausgewagt, die gerade unsere Yamato versenkt hat. Passiert dort aber auch gut was schon vom Habif. Wäre unser Torpedo-Nachladebooster vielleicht gar nicht nötig gewesen. Und die Torpedos sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Allein schon der erste Fächer. Hatte vermutet, dass er dort wieder rückwärts fährt. Hätte er auch vielleicht gemacht, aber hat er gar nicht mehr die Zeit. Und die Pommern pusht jetzt hier nach vorne. Und auf der anderen Seite kommen gerade die zwei Zerstörer raus. Aktuell noch ein relativ ausgeglichenes Gefecht. Daring geht jetzt aber raus. Das ist ein ganz wichtiger Kill. Wie ich gesagt habe, Daring ist ein Zerstörer, dem möchte man in keinem Zerstörer gerne begegnen, weil es wirklich ein starkes Schiff ist. Zehn Sekunden haben wir unseren Nebel wieder einsatzbereit. Die Pommern hat halt eben schon sein Sonar genutzt. Das heißt, das wird definitiv auf Cooldown sein. Das heißt, diesmal können wir ihn auch ein bisschen dichter rankommen lassen. Wir fangen jetzt hier schon mal an zu schießen. Brennt hier schon. Nicht von uns, aber ich hoffe, dass wir dort natürlich auch ein bisschen weiter Schaden und Brände machen können. Okay, da ist die Shimakase. Aufgeklärt ist natürlich das wichtigere Ziel hier an der Stelle. Immer auf feindliche Zerstörer fokussieren. Außer man hätte sonst vielleicht einen sicheren Kill, den sonst niemand bekommen kann. Da kann man noch Torpedos von der Shimakase. Müssen wir kurz aufpassen. Da war alles soweit im grünen Bereich. Unsere G-Ring geht hier leider raus. Jetzt wird es doch noch mal ein bisschen unangenehm, weil die Pommern zugeht. Hauen einfach mal einen Fächer blind zur Position wo die Pommern als letztes war. Müssen wir jetzt hier schon mal uns langsam aus dem Staub machen. Nicht da wie drei Kilometer will ich auf jeden Fall nicht ran bei der Pommern. Treffen ein Torpedo. Das ist wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher hat eben das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Das bedeutet, dass wir hier eine permanente Flutung haben. Und einfach noch mal den anderen Torpedowerfer raus, falls er dort drehen möchte. Aber die Flutung, die tickt. Ihr seht es oben rechts. Der Schaden geht immer höher. Das heißt, wir haben hier eine schöne permanente Flutung auf die Pommern. Torpedos sind auch gar nicht mal so schlecht. Aber wird gar nicht mehr so lange leben. Draußen ist die Pommern. Sehr, sehr schön. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch um die Shimakase kümmern. Oben der Habif gerade im 1 gegen 1. Beziehungsweise jetzt ist es ein 2 gegen 1, weil die Shimakase dort am Start ist gegen die Yamato. Aber sieht natürlich jetzt sehr, sehr gut aus. Sind zwar in Anführungszeichen nur 2 Schiffe vorne und der Habif wird wahrscheinlich den Kampf dort nicht gewinnen können. Aber wir haben einfach die Kontrolle von der Karte. D und D haben wir plus die Mitte, die wir quasi ja die ganze Runde hatten. Und ich werde jetzt auch noch versuchen Richtung A zu fahren. Endlich die Shimakase rauszunehmen. Shimakase ist natürlich auch gefundenes Fressen für eine Shungmu Hauptbatterie sind wir klar im Vorteil. Noch einmal auf die Kanu schießen können. Bisschen Schaden gemacht. Sind auf jeden Fall von der Shimakase geortet. Aber die Kanu ist immer noch am dichtesten dran. Das heißt die Shimakase wird dort vielleicht sogar abhauen. Gegnerteam ist natürlich jetzt in der Position. Wir sind 200 Punkte vorne. Wo das Gegnerteam was machen muss. Von daher will ich jetzt hier auch nicht ultra viel riskieren. Aber wenn uns das Gegnerteam hier den A-Punkt auch noch überlassen möchte, dann nehmen wir das natürlich dankend an. Er weiß nicht, die Kanu ob sie da rumpuscht. Unwahrscheinlich. Hauen aber trotzdem mal ein Torpedo Recher raus. Und sind jetzt hier aufgeklärt von der Shimakase an den anderen Fächer raus. Falls die Yamato die dort rechts ja auch relativ dicht war vielleicht gerade um die Ecke rum kommt. Shimakase können wir logischerweise mit den Torpedos nicht treffen. Aber wenn ich die Yamato wäre würde ich auf jeden Fall versuchen der Shimakase zu helfen hier wenigstens A-Nach zu verteidigen. Da kommen die Shimakase Torpedos bei Fächer zumindest aber kein Problem dort auszuweichen. Wir wurden natürlich hier zurück gesetzt aber wir konnten der Shimakase noch mal ein paar Trefferpunkte runter schießen. Das heißt wenn wir das nächste Mal die Shimakase sehen sollten wir den Kollegen auch ziemlich sicher raus bekommen. nutzen einfach auch unseren letzten Hot Batterie Nachlade Booster sofern die Yamato dort rum kommt. Die Runde ist sowieso gelaufen. Daher wenn wir nochmal die Torpedos nutzen können dann gegen die Yamato erobern aber hier gerade nochmal den A Punkt aber Shimakase traut sich nicht so ganz deswegen würde ich sagen wir haben nichts zu verlieren außer meine Stimme die ich langsam hier verliere aber die Runde ist natürlich garantiert gewonnen jetzt mit 1 4 Punkten und ja eine Salve war ausreichend um die Shimakase rauszunehmen und Yamato leider hier weggefahren das wäre natürlich noch ein Traum gewesen wenn ich dort noch die Torpedos reinsetzen hätte können in die Yamato aber diese wird hier einfach abhauen und die 1000 Punkte sind gleich erreicht schade schade wäre natürlich schön gewesen wäre die Yamato dort auch direkt um Ecke gewesen den doppelten hier noch am Ende Doppelschlag aber die Runde ist dennoch gewonnen und war sehr sehr erfolgreich 116.000 Schaden wurden das am Ende mit 104 Zieltreffern 5 Torpedotreffer 4 Ausfälle 3 Schiffe zerstört 1 Brand 4 Wasser Einbrüche einmal verteidigt 2 mal erobert und 7 Schiffe haben wir aufgeklärt schauen uns natürlich auch schnell das Team Ergebnis an auf jeden Fall eine richtig starke Runde was die Basis EP angeht 3200 haben natürlich einiges an Zerstörer Schaden gemacht und natürlich auch Punkte eingenommen das hat natürlich gut Erfahrung gegeben werfen nochmal einen Blick auf den Wirtschaftszweig haben in der Runde 299.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit dem einfachen Booster und dann gab es noch etwas an Erfahrung und das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Schungmu gewesen sein auf jeden Fall ein Zerstörer der mir persönlich Spaß macht zu spielen auf jeden Fall angemessen auf der Stufe und es fühlt sich auf jeden Fall wie ein Upgrade an gegenüber der Sien Yang auf Stufe 7 also man merkt auf jeden Fall gerade die etwas bessere Hopp-Batterie sehr das ist natürlich sehr angenehm hilft einem natürlich gerade dabei im Kampf gegen feindliche Zerstörer auf jeden Fall ein Schiff wo man Spaß haben kann und natürlich auch verschiedene Versionen die man hier spielen kann entweder wie wir jetzt hier mit dem Nebel der uns sicherlich in der Runde auch ein bisschen das Leben leichter gemacht hat aber auch das Radar ist natürlich in manchen Situationen einfach sehr sehr geil muss man natürlich aber allgemein einfach ein bisschen vorsichtiger spielen wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt schreibt es gerne in die Kommentare ich hoffe es hat euch gefallen lasst auf jeden Fall ein Like da ein Abo wäre spitze schaut in die Videobeschreibung dort findet ihr meinen Twitter Account meinen Twitch Kanal meinen Discord Server schaut dort gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute haut rein tschau tschau